so saufs willkommen zu einer runde widget was muss ich denn da dienen dienen? ich habe keine andere ausrüstung bin ja neu im spiel okay also bereit ich bin bereit. Was bin ich jetzt? Hexe oder zu verstecken? Ich weiß es nicht. Also suchen oder verstecken. Also Hexe oder Fetti. Oh, ich bin eine Hexe. Wie geht denn das? Ich weiß nicht, wie man fliegt. Oh, da. Okay, okay, okay. Hey, irgendwo hin. Hier hin vielleicht. Nein, beweg dich. Danke. Ja, ist eher blöd hier. Aber besser als nichts. Ich soll halt irgendwie auf dem Boden sein. Also, ich habe herausgefunden, dass ich fliege. Hallo? Ich bin nicht hier. Ah, da ist eine Leiter. Oh, soll ich wechseln? Ich werde zu wenig Platz haben. Soll ich? Soll ich? Heute brauchen wir eine Kerze. Habe ich da noch was anderes zum verstecken? die Pflanze? Oh, da, warte mal, warte mal. Ah, verdammt. Wo sind die Bretter? Bretter. Ich habe da was gehört. Waren das Freunde? Ich will da als Brett sein. Nein, nein, nein. Bleib. Bleib hier. Nein, ich habe nichts Platz. Aber ist eigentlich nicht schlecht. Holz gegen Holz. Ich würde gerne hier oben als Brett sein. Wir haben sie gleich. Nein. Beide, was ist hier? Das geht ja nicht. Nein. Hallo. Ich würde gerne die anderen sehen. Oh. Das ist ja cool. Nein, bleib, bleib, bleib. Denn hier haben sie schon durchsucht. Ich brauche irgendein kleineres Prop. Die haben schon so viel Zeug. Ich traue mir das nicht. Ach, nö. Das ist ja größer, als ich dachte. Nein. Ja, 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 schieb auf mich drauf. Nein, nein, nein. Ich bin nicht da. Nein. Hui. No. Oh, da liege ich. Schau mal, Laden. Ey, bist du hässlich. Ja, cool. Äh, okay. Das war ein bisschen fetter, als ich dachte. Da oben hätte ich bleiben sollen. Aber als Kiste dachte ich mir, das ist vielleicht ein bisschen auffällig. Ich finde es schade, dass man die anderen nicht sieht. Oh. Ist da eigentlich was drin? Hey, cool gemacht. Okay. Oh, da hinten. Okay. Was ich noch weiß aus den Videos, man kann eventuell den Geist sehen. Deswegen nicht in die Nähe gehen. Ach, nö. Da war ja wirklich wer. Schau da, 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 da. Ich gehe mal in die Mitte und schaue zu. So. Backman da unten. Lass die Flaschen in Frieden. Ich hoffe, das ist keiner. Ich weiß es ja nicht. Ich würde gerne sehen, damit ich wissen würde, wie die so spielen. Oder welche Verstecke die haben. Da oben wäre es irgendwie cool. Aber alles? Oh, die Hexen gewinnen, oder? Da. Yeah. Gibt es da sowas? Ja, es gibt einen. Einer lebt noch. Okay. Ich habe nicht viel gemacht. Pazifist. Okay. Yeah. Leblab, bitte. Was zum Teufel ist denn das überhaupt? Okay, das wäre nicht alles noch. Nächste Belohnung. Äh. Äh. Ja, Schnee wäre cool. Oh, das war knapp. Den Theater, das kenne ich nicht. Das habe ich schon in einem Video gesehen. Äh. Wäre ich da nicht... Ja, wäre da zufällig ausgewählt, oder? Kann ich... Ich weiß es nicht. Ob ich immer Hexe bin, oder ob ich Jäger wechseln kann, oder zufällig. Ich vermute mal zufällig. Aha. Da kommt man nicht raus. Okay, okay. Ich denke, das ist eher ein unfairer Map. Uh. Ja. 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 Das habe ich nämlich in der Einstellung in der Tassenbelegung gesehen. Ich habe nämlich meine Fähigkeiten auf F gewechselt. Nix da. Okay. Ähm. Ist da was? Ja. Äh. Was zum Teufel? Das ist aber jetzt nicht fair. Ah, da. Warte mal. Ähm. Nein, Effis. Die sind immer nur da drin. Das gibt's doch nicht. Äh. Ne, wo seid ihr? Wirklich? Wo denn? Oh. Oh, das ist aber kursfassig. Oh, ich treffe gar nichts. Okay, ich muss die, äh. Ich muss seine Stellung ändern. Nein. Bleib stehen. Nein. Ich bin Loob. 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 Hier. Kollege. Äh. Bin ich bescheuert? Oh. Wo denn? Da nicht. Wo, wo, wo ist der hin? Ah. Bist du es? Ne. Du, 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 du. Du, du, du. Oh, bin ich schlecht in dem Spiel. Ah. Wer bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich will andere Fähigkeiten. Ist der Drober? Ah. Ah. Was war da drüben? Irgendwo. Ich bin ja bescheuert. Wo ist denn der hin? Der ist bestimmt irgendwo dahinter. Der da. Ja. 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 Yeah. Ist der noch wer? Ja. Nö. Komm mal da auch raus. Oh je. Scheiße. Da kommen wir raus. Ich auch. Nö. Achso. Da ist niemand. Ist niemand. Yeah. Wo ist der? Ja. Sicher da oben. Kann ich schon ziemlich hoch springen. Ja. Jetzt wäre cool mit Freunden spielen. Denn die können dann Tipps vielleicht geben. Innen oder außen. Oh. Das ist aber cool. Hier oben würde ich mich verstecken. Wo seid ihr? Hallo. Da nicht. Nö. Hm. Oh. So muss man. Nö. Schade. Hm. Da kommt man nicht hoch. Okay. Ich bin irgendwie. Oh. Oh. Ja. Ich hab zwei. Yeah. Ich hab drei. Yeah. Alter. Ich bin nicht gut in dem Spiel. Die Maussteuerung muss ich noch mal ändern. Kann ich das da? Nö. Ich kann auch nicht. Es geht durch. Schade. Ich kenne nur die. Die hatten wir ja gerade. Ja. Nö. Nö. Aber die sind nämlich eingestimmig. Oh. Da oben wäre ja mein Nü gewesen. Warte mal. Warte. 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 Ähm. Das. Ähm. Steuerung. 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 Ganz ein bisschen hinter. Das war mir ein bisschen zu flott. Anwenden. Anwenden. Achso. Ich muss drücken. Und bereit. Ich trinke mal ein Schluck. Ah. Wie gut. Okay. Okay. Oh. Mal schauen, ob ich verstecken darf. Ja. Ich hab noch keine Fähigkeiten. Oder nicht wirklich viele. Ähm. Irgendwas. Was nehmen wir. Brett. Da. Da. Nein. Nein. Oh. Also. Ich weiß nicht, wie man ausrichtet. Nein. 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 So irgendwie. Als ob man da rüber laufen könnte mit dem Brett. Uh. Denn da habe ich die Übersicht. Ich kann da ein bisschen zuschauen. Oh. Cool. Achso. Das ist die Fähigkeit. Glaube ich. Was habe ich von der Fähigkeit? Oh. Ah. Ah. Warte mal. Ich will die der da rüber locken. Cool. I am good. Ja. Ich bin mir schon so witzig im Spiel. Hallo. Ne. Da bin ich nicht. Ich muss die irgendwie weg locken. Da kann ich nichts machen. Ah. Schade. Ich weiß nicht, wo die Kollegen sind. Ich will mich langsam bewegen eigentlich, damit das Huhn nicht mehr funktioniert. Nein, 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 nein. 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 Oh. Schade. Oh. Kein Versuch wert. Oh, du süßes Huhn. Irgendwie doch hässlich. Aber irgendwie cool. Steht nicht in dem Buch. Nichts. Prübt's mal. Ah, der hat die andere Fähigkeit. Oh. Schau mal. Er rofft's nicht. Achso, das ist der Zaubertrick wahrscheinlich. Ja. Also muss er da hinsehen. Ah, warte mal. Diese Fähigkeit würde ich auch gerne haben. So kann man nämlich verraten, wo man ist. Alter. Mit deinem Kuchen. Hallo. Das ist cool. Okay, das Brett ist ein bisschen groß. Was gibt's denn da aus von den Props? Oh, der Hammer wäre cool. Uh, sowas wäre geil. Aber zu klein wieder auch nicht. Das wäre vielleicht zu langweilig. Mal schauen, ob sie es raffen. Also jemand steuert. Ah, da ist unsichtbar. Da ist ein Geist. Schau an. Da ist ein anderer Geist. Ich fliege mal zu denen. Hi. Oh, nein. Überlebe. Okay, 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 okay. Nein. Und er flieht. Und ja, er schafft's noch. Ja, er biebt rechts ab und ist down. Hallo, Geist. Hallo. Wo ist denn der Geist hin? Oh, da ist der Geist. Hallo, hallo. Nehmen wir die Verfolgung auf. Und der Akami fällt. Oh, der Arme. Oh, okay. Jetzt sind sie auf dem Dach. Diesmal sind sie zu dritt. Äh, warum bewegt sich das? Ist da jemand dagegen? Ja, das Huhn. Oh. Und sie gehen auf den Dächern. Und er steigt vor. Der Fetti war schön. Der. Wo? Oh. Das ist. Oh, cool. Verstück. Alter. Gut. Jeet. Was? Fähigkeit. Builds. Ah, ich habe also jetzt eine Fähigkeit. Achso, nein. Die nächste Belohnung. Uh. 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 Die hatten wir ja schon. Äh, die hatten wir ja schon. Was? Ich habe irgendwo. Ah, da. Warte mal. Ja, das wäre vielleicht cooler. Und das ist halt so wenigstens. Also, los. Oh Gott, was ist denn das für eine Welt? Oh. Ist das gleich wie die andere? Nö. Warte mal. Nö. Die gehen. Hä? Okay. Bei Nacht eigentlich mehr. Alter, da ist aber viel Zeug. Oh, wie soll die denn da einfach das Decken finden? Ähm, ähm, ähm. 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 Kehrt sie? Oh, das ist ein Drober. Kann ich da irgendwie hoch? Nein. Da kann ich das wählen. Nein. Da drüben ist der Fetti. Komm ich da irgendwo rauf? Ja, da drüben. Warte mal. Warum habe ich da oben nicht Platz gehabt? Hm. Oh, da drüben. Da, 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 da. Da ist der Fetti. Ich will nämlich da hoch irgendwo. Oh, da oben die Kante. Aber die Kerze passt irgendwie nicht hin. Bip. Bip, bip, bip. Die ist dann oben gestarrten. Komme ich da hoch irgendwie? Oh, ich bleib hoch hin. Wuff. Ich will nicht fliegen. Das könnte man hören. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Oh, shit. Muss ich jetzt wirklich fliegen? Fliegen. Ich will nicht fliegen. Jetzt ist es gekommen. Ich habe mich befreit. Also mit Schiff kann man wahrscheinlich aufstellen. Ja, schau. Nein, nein, nein. Okay, das geht auch. Ich wollte rauf in ihren Raum. Da oben müsste irgendwo vielleicht sein. Aber das geht... Es sind nur zwei. Oh, da drinnen ist was. Warte mal. Ich wollte es mal ausprobieren. hoch da, hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Hä, so? Äh, kann ich da irgendein anderem Problem? Ähm, nein. Was ist denn das überhaupt? Ich wollte es nicht. Ich liebe noch. Und ich werde vielleicht auch gewinnen. Oh, äh, Bilderrahmen, was ist das? Keine Ahnung, ein Stuhl. Ich will irgendwas Verrücktes. Oh. Aber mich hören sie verwandeln. Warte, warte, warte. Noch nicht. Was kann ich denn noch? Gibt es da drinnen was? Jö, jö, ein Stuhl. Warte mal. Uh, Sathatsbuch. Yeah. Komm, ich würde die Tür blockieren. Das ist hier jetzt eine gute Frage. Warte mal. Warte mal. Er bekommt ja Punkte für einen Kill. Okay. Und so wissen sie wenigstens, wo ich war. Dann können sie daraus lernen. Ist auch nicht schlecht. Was ist das erste Wort? More please. Ja, äh. Also mehr Leute, oder was? Also mehr lachen. Ja, okay. Wie kann man eine schreiben? Ich weiß nicht. Ich hätte wirklich öfter. Aber das bin ja erst zum Schluss auf die Idee gekommen. Ja, ich lasse das. Ich kann so an Freunden helfen. Ja, stimmt. Man müsste wirklich öfter das lachen. Wie, wie kann man das schreiben? Oh. 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 Bin ich noch nicht der Einzige jetzt? Denn der nur da steht. Egal. Das suche ich als Einziger. Ja, gell? Süßes Huhn. Süßes Huhn. Süßes Huhn. Rote Sohn. Okay. Da drüben habe ich was gesehen. Das Rad nü. Das nü. Ah, ist die Seite ja. Yeah. Oh, der hat mich ja lieb. Ich treffe nix. Ich treffe nix. Der ist zu gut. Der ist zu gut. Der ist zu gut. Nein. Der hat mich ja verarscht. Warte mal. Der hat mich ganz toll lieb. Warte mal. Nee, darauf fahre ich jetzt nicht rein. Ich bin hier der einzige geworden. Das ist schon mal der Propp gewesen. Respekt. Ja, ich muss aufladen. Ich muss aufladen. Yeah. Der war aber gut. Gratuliere. Was auch immer das jetzt war. Da hinten? Da hinten. Nö. Nööööö. Der war cool. Bro. Äh, okay. Nöö. Fällt's ein bisschen weiter. Komm schon. Suche. Scheiß Huhn. Scheiß Huhn. Äh. Hm. Warte. Hör mal den. Da ist ja immer wer, der auf den Dechern ist. Oh, meiner ist ziemlich gut. In Sport. Bisschen lachen. Hallo? Da ist niemand. Aber da könnte... Komm. Ja, ja, ja. Klar. Was? 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 Boing, was? Nein, da ist nichts. Der ist ja gut. Ich bin gerade alleine. Nein, nein, nein. Komm. Da ist nichts. Da geht es nicht weiter. Hm. Oh, das dachte ich, dass das was ist. Okay. Ja, er kann richtig gut springen. Geister, könnt ihr ihn finden? Ihr könnt mir doch helfen. Ich habe da doch was gehört. In diese Richtung irgendwo. Komm schon. Lad auf. Huhn, ich brauche dich. Ihr könnt es wirklich anschupfen. Komm, Huhn. 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 Ah, hallo. Ich habe dich lieb. Ja, von woher? Oh, da. Oh, da war gut. Schöner Käse. Hihi. Ah, da habe ich noch eine Punkt gekriegt. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Geil. Nicht die große Distanz. Ja, das ist auch klar. Eine neue Hautfarbe. Interessiert mich recht wenig. Das muss ich erst lernen. Das mache ich dann offline. Gut. Eine Runde nach. Oh ja, am Strand. Ja, natürlich. Aber auch wenn ich jetzt gesucht habe, war es recht lustig. Hey, da rollt eine Flasche. Ja. Das Huhn ist nicht schlecht. Ich lasse es noch. Okay. Ah. Ich muss auf einem Liegestuhl liegen, wenn ich da was finde. Oder in der Nähe eines Liegestuhls. Oder, warte, wir starten hier oben. Schau mal, der Tjambi. Wie hoch kommt er nicht? Okay. 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 Sehstern. Sehstern. Und irgendwie so. Das finde ich cool, dass es durchsichtig wird, wenn man zu nahe mit der Kamera ist. Ich finde das richtig cool. Das sieht man wenigstens durch. Aber ich sehe trotzdem zu wenig. Sag mal, Sneaky und renn in der Gegend rum. Jupp. Sag mal, Sneaky. Tschüss. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ah, jetzt. Oh, ich mache hier Spuren. Spring. Nein. Doin, ist nie gut. Ab eine Minute, sag ich am... Oh, einer liegt verkehrt. Wo kann man nochmal... Äh. Nein. Falsche Tasse. Ich hoffe, es nimmt noch auf. Ich bin nicht da. Nein. Bleib, 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 bleib. Ich will wirklich ein bisschen lachen. Oh, er macht eh momentan richtig. Tja, na, die machen wir kurz schreien. Äh, falsch Tasse. Ich will Ihnen helfen. Nein, 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 nein. Ich will mich gerade bewegen, aber... Ich bin ein verkehrter Schießtern. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Oh, was ist das zum Teufel? Ich bleib hängen. Ich kann mich gerade... Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Ist das echt? Nö, das ist nicht echt. Warte. Der müsste also da irgendwo sein. Doch, der filmt tatsächlich... Nein, das ist nicht echt, schau. Deine Kiste, kann das sein? Hier. Oder da eins? Wo ist der? Der ist schon... Ah, der ist da oben, oder? Der ist es nicht, aber wo? Ah, die Fackel wahrscheinlich. Dem für was liegt denn da eine zweite Fackel? Schrei mal! Ah, da! Nein! Ja, ich glaube, dass die Fackel ist. Löw! Die Kiste! Oh! Aber cool! Ähm... Wie viele Sucher sind eigentlich? Zwei! Drei wäre cool! Das wäre besser! Hä? Warum ist es denn jetzt runtergefallen? Im Ernst! Ein Boot! Gut, ich würde noch sagen, damit sieht man sich im nächsten Video. Servus! Olli! Das wäre, was es zu machen. so, wie würde es denn jemanden nachfassieren? Und das wäre eine sehr- lugares, Und das wäre so cool gewesen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017